so meine lieben jetzt geht's los ne sorry war gerade noch auf klo hey ho schön dass du da bist David ist auch im Stizzle, der ist sehr schön bist du auch im Chat da David, also im Discord ne du hast mich warten lassen und du hast mich angelogen, dass du im Spiel drin bist ich konnte gar nicht nachschauen, darauf fortsetzen ich bin im Startbildschirm habe ich gesagt du hast gesagt du bist im Spiel die Waschmaschine rödelt gerade Leute, zum Glück hört ihr das nicht also im Discord höher ist leicht aber quasi nur wenn du sprichst quasi, die schleudert noch kurz und dann ist es vorbei sehr geil okay so, alles am Start, alles läuft wir sind hier und du sagst ich muss fortfahren drücken und du joinst mir rein ja okay ich weiß ja nicht wie lange ist es jetzt her viel zu lange viel zu lange ich hoffe dass der Ton und alles hinhaut Leute sonst äh sagt bitte was mach ich natürlich auch noch lauter ach ja stimmt irgendwo hier war'n ach die Scheiße mitten am Strand das leckt leicht ja weil ich reinscheine entschuldigt auf jeden Fall mein Spielstil der ist eher so grad Half-Life 1 mäßig so lange wie die Watt nicht mehr gezockt haben oh die Pony ist gleich leer Waffen wechseln? ne Basie-Eignung dann komm mal hin schön 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 hi David das ist schon das ist sehr schön okay Moni sieht ein bisschen mau aus wie ich sehe stimmt die Fähigkeiten hatte man ja auch der schickte aus hallo es ist Hanna ich versuche einen bestimmten Badass du kennst wer du bist hi Hanna ah na weil wir jetzt hier hinten in die so ne was macht da und ja Dez hat nicht gecheckt in und ich beginne zu überraschieren du äh um zu rescuen einen anderen damsel in distress? jetzt komm mich Prinzessin woher ist das der Rheinland Dr. Mies von dekta r da hast du schon oder? er F 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 ich bin gerade hin gerannt kann man die denn noch mal erwischen nur an der arme das hängt von der Nase ach so bei dem haue ich ihm auf den Kopf aber der hat da nen Helm an der Arm hat das gebracht, jetzt ist die Rüstung abgeteilt immer auf die gleiche Stelle es treten, fs nehmen es war wieder überhaupt hier reinkommen, alter naja, so viele Waffensitzen wieder auch nicht so, David, äh, stimmt M? nee, I? oh, wo waren die Quests? naja, bei M siehst du so, bei M doch, ja ja, na geradezu müssen wir hin, dann können wir quasi einen gelben Punkt folgen okay ah, okay wie bei U-Warsong so kann man es auch machen, David, so kann man es auch machen oh, mein Bildschirm Stufenaufstieg Stufenaufstieg ja da erinnert sie sich okay loot, 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 loot hier ist das eine Kiste jo, sofort, David da fängt bei mir gleich wieder die Lootfieber an ich weiß gar nicht na, eh ist der Kicken, okay, ohne Stronges Rutschen U-Sachenwerfer und Tee sind Sachenwerfen in Wächse ach ja, stimmt ein U-S-Werfen gewesen, ja das ist ja noch weit weg ich weiß gar nicht, ob wir uns den Loot gegenseitig weg ich weiß gar nicht, ob wir uns den Loot gegenseitig weg oh, fuck war doch gerade eine Falle, oder? okay, nichts passiert ich hab bloß gerade eine Kabel im Gesicht gesehen ne, den Loot kann man es nicht den Loot kann man es nicht ok also deswegen immer alles da alles mitnehmen, was geht wie fand das nochmal, konnte man Waffen auch wieder reparieren, ja, ne David, das ging auch, aber nur ein Backpack, ne ist David vielleicht ein bisschen leise, oder hört sich der Poser über meine Kopfhörer so an? weil dann würde ich David natürlich für euch ein bisschen weiter machen ich denke, alles gut, mein Mikro war gerade ein bisschen hochgeklappt ach so ja, du war doch mega Falle aber ich glaube, ich hab's vorher schon ausgelöst, ich hab vorher schon drauf geschossen ah, ok haben wir dann mitbekommen oh ey, ich hab ein Freundes und wird da das ist super also man hört dich auf jeden Fall David bleibt hier liegen oh, da kommt schon ihr Freund schnipp, schnapp, pop es ab äh ich frag mich grad hoch ok, wir sind glaube ich noch gar nicht so wirklich weit im Spiel gewesen, wa? hm, doch, du warst glaube ich, äh, wenn du hast 20 von 27 Quests oder so ja, genau wär cool, weil dir Pamela Anderson rumrennt, oder äh, 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 na, wie heißt er? David Hasselhoff? ne, sorry David äh, in Hauptquests? ich weiß gar nicht ähm, na, wenn du auf M drückst und dann oben links auf L.A. klickst ah, ok dann siehst du da, wo du noch Storyquest hast, quasi was ist da fehlen der Nachtsfeuer? und zwei Gebiete fehlen mir noch komplett ja und ich glaub in bestimmten Gebieten waren wir noch schon überall? ne, die zwei unten fehlen mir auch ich glaub das DLC ah, ok oh fuck wir kriegen aufs Maul ja das Spiel hält ja nebenbei nicht an, ne? oh man oh, wir waren heilen David H? äh, H ja, achso äh, naja, wir müssen immer noch zum, zum blauen äh, zum blauen zum gelben Punkt Juuu wie kommen wir da hoch? so gut was denn da ist ein Fett da? also man muss das zeigen hier konnte ich mich von der Meine holen uuuh nicht greifen jau ein Big Hammer von dem war wohl nicht mehr so viel übrig ein Bandschuss gedruckt wow das war ein paar viele Funken das geplatzt wir müssen hier lang David hier sind wir nicht, oder? ne, von hier sind wir gekommen guck mal hier vorne kommen wir nach oben über das Auto ahhh die da eigentlich das voll offensichtliche nicht sehen so viel Funken, ja ich hab die Tür zugemacht ach du heiliger Willmann so fast aufverkauft so fast das war die Werbbank hier, ne? du weißt, wie kann man schon mal einstecken? ha 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 das überpriced joint auf Ocean Ave ha du musst bist verrückter, als du schaust open day or night guess I'm running a 24 7 store right now uh now, I know this might sound nuts but are you the same person I saw charging off towards the pier right before it collapsed? wasn't me wasn't there you can't prove anything damn you really are one crazy fucker oder meintest du nicht damals Lila nicht verkaufen? so Zeke what's your story? äh so und reine Waffe mit der Fähigkeit halt genau was du halt haben willst mehr Schaden mehr Kraft mehr obwohl Geschwindigkeit weiß ich nicht ob es das gibt mehr Haltbarkeit gibts auch aber Haltbarkeit braucht man eigentlich nicht man nimmt immer äh man hat quasi immer vier bis bis acht Hauptwaffen mit bei und den Rest ist dann im Inventar und zack du oft hast du hm mhm weil ich hoffe ich die Basie noch behalte ja ja guck mal da ja wenn du auf die Basie gehst die hat einen Effekt drinnen den du am Anfang noch nicht bekommen kannst also die nicht diese grauen Sachen wie rechts die Hantel sondern diese diese schwarzen Sachen ja die sind krass die hebst du dir immer auf weil ich glaube du konntest die auch runter nehmen und woanders dann drauf packen okay aber ich bin mir jetzt nicht ganz so sicher sonst guck ich nochmal in safe rein ähm und die Planker ja ja nicht mitgekriegt packen wir den mal raus ja ich kann die Wack hoch achso die waren der Bestellerbonus die Waffe wollte ich erstmal behalten und die hatten wir noch nicht freigeschalten ne genau so wartet den können wir noch verkaufen Schusswaffen da kann man gar nicht so viel ich war wohl der Ding knüppel nicht haben äh du nimmst quasi immer nur einen Waffentyp mit ne der will den Knüppel echt nicht haben ja äh quatsch nicht Waffen äh Munitionstyp ja ich hab in allen meinen Waffen nicht viel Muni also von daher werde ich mich jetzt wohl eher auf den Schlagwaffen verlassen du brauchst jetzt nicht zwei Pumpgans mit dir rumschleppen weil die die gleiche Munition ist weil die Munition kannst du später craften und dann qualifest du dir für jede Waffe quasi ein Munition also es gibt ja unterschiedliche Munitionstypen ja deswegen also du brauchst jetzt nicht vier Maschinengewehre mitnehmen weil du teilst dir halt quasi eine Muni und dann ja das ist logisch so ähm müssen wir jetzt weg warte ihr ist noch nie die nächste Frage my bags a little heavy äh ansatz zu reparieren deine Sachen wenn du das schon gemacht hast ich pack mir noch was geiles auf die AK ähm weißt du nicht Sicherungen auch immer kaufen ne äh Sicherungen ja auch immer voll dass du drei hast kannst du dann auf der Welt einsetzen ich glaub ich mir noch eine andere Waffe dazu holen aber eigentlich finden wir welche ich brauche mir bei ihm eigentlich gar nichts zu holen happy to take things up you two in jedem Fall müssen wir wieder von hier weg ach so reparieren wir an der Werkbank ne bein ist an der Werkbank ja äh upgraden gut ok und die Schusswaffen brauchen wir nicht reparieren ok ja ne den tunen können wir beim nächsten tunen können wir beim nächsten du kannst gucken ob du die ne Monitions craften kannst ach die konnte man sich wirklich craften hören ja auch auf der Werkbank herstellen ok 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 das reicht nicht ne ne reicht alles nicht ne ne die Kit ne hatten wir voll na Judith da müssen wir jetzt woanders hin bei uns ist auf jeden Fall noch ein Punkt auf der Reise von hier zum Ziel heute und ganzen äh sind wir da bringe Doktor D den Blatt da stand doch bestimmt grad wo wir eigentlich hin mussten oder ne beim beim gelben Punkt was wir eigentlich hin ist da bei dir auch bei uns ne links bei der Quest ach der Pfeil zeigt dir wo wir sind und der gelbe Punkt irgendwo hin müssen ich hab's verstanden ne 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 davon war gar nicht die rede was von judith naja wir kennen doch nicht alle charaktere war doch bloß wieder unser seltsam mit dem druck klopp klopp kommst du denn ich stehe schon im schwarzen ring komm her jetzt wird der dämonenpapasauer Ich war seine Orakl, seine Pythia. Also, wie warst du? Du bist anders. Du hast versucht, mich zu töten. Ist das was ich gemacht? Konrad? Oder habe ich etwas anderes gemacht? Lola, du hast gesagt, dass du nicht entschuldigst. Nein, Ruben. Wir haben gesagt, dass wir nicht interferieren würden. Du hast bereits über den Rüben geklappt. Echt jetzt, Daniel? Willst du die Situation ein bisschen auflockern, wa? Hey, hey, nicht jetzt. Ja klar. Wir spielen mit Katzen auf jede Situation. Montana? Du meinst Montana? Ja, du hast mich wahrscheinlich auf TV gesehen. Ich hab vorhin auch einen neuen reingemacht, David. Kannst du aber mal gucken, ob du ihn findest. Oh, Ruben. Ja, niemand bekommt sie zu sehen. Was? Sie ist nicht hier. Was meinst du? Sie war nicht so nützlich. Sie waren nicht so nützlich. Ich hab immer gesagt, Ruben. Waren doch nur 20. Waren doch auch nicht so nützlich ist. Es geht so nützlich ist. Was ist die Situation noch nützlich ist? Das ist was das Wunschung. Waren doch noch nützlich ist. Wer für uns, wenn du sie felschern bist? Schau, es dauert Zeit, dein Blut zu analysieren, um Antworten zu bekommen. Tisha, Tisha hat keine Zeit. Okay, aber dann will ich Antworten. Danke, danke. Was sollen wir machen? Hier ist noch eine Geldkasse. Wir müssen nach da hinten, ja. Koppelhörer drücken, wenn ich die Mütze aufhabe, warte mal. Tisha hat einen Weinkopf, oder? Die Mädchen haben Prioritäten. Oh. 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 Schlagen, kicken, schlagen, kicken, schlagen, kicken. Oh. Dann ging ich da überall Loot, David. Okay, dann werden wir nie fertig in dem Game. Okay, dann verstehst du irgendwie auch nicht so. Achso, ja, ne, ich brauche mich nicht mehr. Moment, oh, ist alles voll. Ich hab' ja schon ein bisschen weiter gespielt. Ich hab' ja auch schon die, 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 äh, äh, später auch so Legendary's sammeln, wenn du die Story denkst. Ja. Wenn es ein bisschen Sachen abläuft, dann soll halt hier sowas so gut machen. Weil die AK, die ist zum Beispiel auch ne Legendary. Aber hinter uns kommt was her. Sollte die Muni aber vielleicht nicht gleich wieder aus allen Waffen verballern. Äh, ja, Waffen sind eigentlich eher so für Dicke. Für die kleinen, äh, Mitsche Matsche. Matsche Pampa. Matsche Pampa. Mitsche Matsche. Genau. Au. Ich weiß nicht, ich bin nicht gut. Pass auf da, ich bin nicht gut. Wie hab's denn nicht? Oh, Fock, die Person. Nada. They must be close. Fock, schon der nächste. Unser, unser Zeugnetch. Fock, lecker. Auch dem macht das nicht so viel Ausgabe. Woah. Ok. Ach, das soll nicht sein. Ah, hier ist auch noch ein elektronisches Spiel. Du musst halt mal beinhard dran stehen bleiben und weg mit der Scheibe. Jetzt muss ich heier. Habt ihr schon wieder gedacht? Du musst nur mit einem Kletternach-Sombies. Deswegen musst du eigentlich... Immer laufen. Immer laufen? Also, so wie wenn man Seawiltsam gezockt hat. Das muss ich sagen, ja. Ich weiß nicht, ob wir rein müssen. Kann gut möglich sein. Kann gut möglich sein. Gehen wir einfach mal gucken. Oder? Oder? Warum ist denn der Marker? Oh! Das war eigentlich... Kannst du was reinwerfen? Gibt's hier was zu werfen? Und die Vase kann man nicht nehmen. Der Ölsack auch nicht. Ja, ich kann meine Molle reinschmeißen. Ja, wenn du jetzt nochmal T drückst, kannst du nochmal... Fütschen. Ja, stimmt. Da habe ich ja noch C4. Da muss mir erst alles angewöhnen. Ja, ich liebe die Fallen auf jeden Fall. Aber... Aber... Also... Ist die Falle trotzdem kaputt? Weil die Bänder hängen da noch. Lass mal ne. Dann nicht. Dann kannst du aber auch drauf schießen. Oh, weiter, weiter, weiter. ich nehme du bist die rockabilly braut die tätowierte und ich bin die asiatin den beiden sind leute leute das haben sie immer noch nicht geupdatet dass man sich im spiegel sieht nicht so wichtig den alkohol die ganze umschmeißen ich glaube sie redet mit dir die mistgabel soll ich nehmen ja mach ich wenn wir wieder draußen sind oh hey ignoriert mich ich steck den bus alles ein ich glaube es ist jetzt ein nicht so secretes schlafen einfach nicht die anderen sagen wir sind hier hey und nicht alle die snacken benutzen kann man die bombe neben gelben leider nicht aber man kann sie kaputt machen das sind einzig überquartierigen aber nicht in dem raum weil hier können wir ja nicht mit waffen interagieren nein wir machen die bogen nicht kaputt ist ok so ein bisschen von der frise erinnert mich das gerade an star trek discovery hier i'm supposed to take you back your dad's losing his mind must be to send his vip huh well if i'm this vip how come i'm still up to my ass and zombies instead of being flown out of here can i trust your dad why'd you say that i think he's hiding stuff from me yeah join the club you too listen this crazy woman is following me around she almost kills me then shows up with your dad talking about some deal they made name's conrad do you know her auntie lola why would she be here i was in the sewers zombies everywhere and she just appears like everything's cool that's pretty crazy even for her i need to find out what she wants with me just gotta take you back first not happening if i bring you back i get answers your dad promised okay hold up look we both want to know what's going on with dad right if i give you a direct line to lola can you give me more time to investigate you're not going to find out much from here look there's a data blackout right no internet no nothing but our resident hacker ava has found data packets routing between the serling cdchq and the ramp gate building it might clue us up on what dad's mixed up in no shit okay but with the blackout how do i contact conrad i got a code phrase look you go to an osk store and say 12 sambuca karaoke queens to the os osk store oh crap she's that conrad yeah and if she's involved it's something wild okay tisha let's team up whatever we find we share yeah yeah i was gonna say the same thing cool welcome to the mushroom club jetzt wissen wir wo gibt's die dicken pilze jetzt sagt sie uns nicht irgendwo anders upgrade tue ich erstmal wie gesagt nichts das macht glaube ich echt wenig sinn kommst du david 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 also ich habe auch neue karten ja stimmt die karten ihr habt ja auch noch ach du heiliger naja wenn ihr genug davon gibt's äh dann glaube ich quatscht sie gar nicht mehr vielleicht hüpfte dann ja aus dem fenster raus und denkt sie kann fliegen hat in auch hat in du gehst schon durch die tür bevor überhaupt deswegen fang David hey hi Mubi alter der Explosionshammer hier oder was? ich hab vor das Hammer ich hab die Mistgabel bloß noch nicht mit Gadgets ausgestattet das wär natürlich noch geiler die OSK-Store ich hab die Qs für die neue konstante OS schön jetzt stehen sie alle auf David wir gehen mal rein 12 Sambuca Karaoke Queens got it immer ins Gesicht oh da war noch ein halbes übrig das ist gehören rausgefallen schön mit Glassplättern drin achso das war wohl zu spät gesagt na toll David ist die Hintertür? bringt uns aber wohl rein gar nichts außer das war hinten rauskommen ach doch dann müssen wir nicht über den Zaun plättern das war halt so da kommt die uns gut zu spät da kommt die uns gut zu spät spät ah ne wir gehen mit dem mit dem oder noch quatschen mit dem da war noch quatschen Der Baum wird das Auge rüber! Ah! Äh ja, wir müssen erst den Server neu starten. Äh, in welche Richtung zeigt der ne gelbe Punkt? Oder darf ich den jetzt selber suchen gehen? Ähm. Ah, warte mal. Server. Ah, Schlüsselkarte suchen. Pass auf, die Mutti hat die Schlüsselkarte. Ein Haupt. Aber wo soll sie denn sein, wenn sie nicht hier im Store ist, verdammt. Suchen hätte Schlüsselkarte. Achso. Henry würde einen Pass haben. Better see if he's zombieing around in the alley. Ah, okay. Alles klar, jetzt zeigt er uns den Weg. Suche den Punkt, gell. Hier in dem Gang, ja, irgendjemand. Wir suchen hier zu früh nach außen. Da war Henry. Where are you past? Da war Henry. Ever so kind of you, Hank. Right. Server to me. Henry muss der erst spawnen. Dann können wir hier rein. Wo ist denn? Der Server ist all right, I think. Ich denke. Na, Moin. Ist ja auch irgendwo überhaupt an Shit. Das ist was wir gerne. Ich gehe in IT, wenn ich mit Athletik fertig bin. Jetzt für die Passphrase. Du bist nicht für ein Upgrade, Leute. Kommt nachher. Ist ein Kreischer bei, David? Oh, fuck. F. Oh, der hat mich erschrocken, Alter. Äh, was wollte ich? Tee und... Oh, hast'n stumm gemacht. Du mit deinen Überwaffen. Du mit deinen Überwaffen. Äh, ich hab nur'n Tacker. Äh, ich mein'n Nagel. Nagel. Luftdrucknagel. Kannst du dir auch machen. Du musst einfach einen Druckluftnagel und machst da ein Elektro-Dings drauf und dann ist easy going. Nägel kannst du auch günstig herstellen. Äh, äh... Hi there. 12. Sambuca. Karaoke. Queens. Ich mag das mit der Mistgabel auch sehr. Die hab' ich am Anfang, äh, recht häufig gezockt. Falls du den angucken willst, kannst du ja auf YouTube gerne vorbeigucken bei S&G präsentieren. Äh, da sind die ersten acht, neun Folgen. Kind of weird. I'm trying to contact Lola Conrad. It's an emergency. Ja, vielleicht auch. Hey, I'm Dr. Reed. But you can call me Ruben. Noah. They told me there's something in my blood that... Yeah, yeah, yeah. Let's keep your specialness just between us for now, okay? Uh, okay, sure. But it's about a cure. If our preliminary results are right, then you have a miracle of your blood. Mhm. Now that we found you, humanity stands a chance. Cool? So, what happens to me? You just take some blood or... We need to get you to our lab on Ocean Avenue. We have the equipment there and answers to all your questions, I promise. Okay? You're the doctor. There was another immune survivor? Why didn't Reed tell me? What happened to them? Zephron, it didn't work. The level spiked again. Fried the whole rig. Nah, not ideal. And our friend, Noah? Uh, we need a new candidate. We haven't found anyone else. There has to be someone! You know what's at stake! Keep looking! I'm the new candidate. Candidate for what? I need to find this lab. I need to find this lab. Yeah. I didn't exactly speak to Conrad, but I got info on the lab your dad was using. Original. I'm going to find it. Got it. Me and Ava are in the Rangate Security Center. There's definitely data moving in and out. Go Team Mushroom! Data. Lab. Data. Help me! We're in the LA24 News Offices. Mr. Redden, I'll return to you. Sorry. I'm going to have to go through all the Resident Evil. I'm a fanboy. I'm a fanboy. I'm a spooker. All right. Oh. Oh, I'm out. I'm out of nowhere. I'm out of here now, but I'm out of the Resident Evil 4 of the Remake. spielen. Jetzt ist ja die neue Ada Wong Erweiterung raus, die es ja auch im Original Viererteil gab. Wir haben noch so viel auf unserer Liste. Deswegen ist sowas hier auch sehr wichtig, dass wir sowas mal zu Ende bringen. Das macht ja auch Spaß. Ja, natürlich. Auf jeden Fall sind wir alle ein bisschen... Also wenn nicht, wäre ja schlimm. Ich glaube, jeder hat so eine Sache, die er gerne hat und feiert und wo er viel Wissen sich drüber aneignet. Ist ja egal, zählen dir aber so eine Sachen drunter, wie wenn eine Friends die Serie drauf und runter guckst und darüber alles weißt. Das ist ja auch ein Nerd. Brauchst du schon wieder Wasser? Hast du wieder trocken gelaufen, David? Ich hab schon wieder an, dass ich irgendwann so in Flammen sitze. Deswegen hast du vorher noch die ganze Zeit den Kanister mitgelungen. Oh, er hat Hunger. Steht da noch mal auf? Jetzt nicht mehr. Zieht weiter oder geht's da raus? Geht's raus, ne? Mhm. Aber vielleicht müssen wir hier hoch. Äh, muss ich zu... Das ist bestimmt noch drin und wir haben einen Raum übersehen, oder so, David. Naja, das wird ja im großen Gebiet angezeigt. Neun Energy-Zombies. Neun Energy-Zombies. Also da oben war ja der Store. Geht hier irgendwas nach Labor? Ich bin halt auch überfragt, aber... Bilddatei. Können wir uns hier vielleicht irgendwo ein Menü angucken? Ah, ja, okay, gut. Ja, du hast recht. Ich hab nicht weiter gelesen. Äh, bei Quest, glaub ich. Verknöpfte Aufzeichnung F4. F4. Ja. Äh, eher zum Inventar-F? Ne, M. Zeichern, ne Waffe weggeschmissen, oder? Ne, ne. So nicht geschützt. M, F4, dann, ne? Äh, Quatsch. Ne, ne, falsch. Warten, das jetzt so. Wie bin ich denn da hingekommen? Achso. Ähm, hier, äh, Tab drücken. Und dann noch Quest. Tab drücken. Ah, okay. Dann macht sich nochmal ein anderes Menü auf. Da sind doch nochmal Fähigkeiten und so extra drin. Ja, dann noch West, ganz oben, das, äh, da dann F4 drücken. Da dann F4 drücken. Und da haben wir das Bild. Okay. Es ist auf jeden Fall weiter unten. Da steht auf jeden Fall ein Auto mit einer Schüssel drauf. Drei grüne Poller. Ein Gittertor, ein Dings. Aber haben wir da nicht drauf? Hier rechts ist ein Auto mit einer Schüssel, aber... Das sieht nicht aus wie auf dem Foto. Ne. Dankeschön für dein Follow. Oh, Mutti. Wir können uns auch noch später treffen. Okay, ich probier's nicht mehr. Und tschüss. Oh, ich hab's noch ne Kiste. Ich glaub, ich hab's gefunden. One Hit. Two Stripes. Wow. Aber ich hab grad ge... Ah, der kommt einfach aus dem Klo raus. Okay, die Kiste geht nicht kaputt, komisch. Ja, stimmt. Da ist er. Aber war ja meine Richtung schon mal nicht falsch. Auch wenn ich mich wieder ablenken lassen hab. Okay, ich hab's noch nicht. Tisha, ich bin auch noch in Rand Gate. Can you open Loading Bay 7 von den Kontrollen Center? Sure can. So the lab's in the building. I'm on my way. Okay, girlfriend. Raise ya. Oh, ich bin get sick of seeing you, CDC. Becker's everywhere. Oh, Becker, David. anzüge stecken wohl mal ein bisschen mehr ein. Ne Uzi gefunden. Ne Uzi? Ne Uzi. Ne Uzi. Ach so, wir können selber das Reizchen machen. Wir müssen durch die Tür wohl gehen. Ein Triple Maglock. Super secret. Ich habe jetzt glaube ich keine Stromwaffe dabei. Magnetschloss kannst du doch mit Strom theoretisch entpoolen und dadurch müsstest du doch die Tür einkommen. Oder? Oder auch mit Hitze. Du musst den Kabel entfolgen. Na okay. Hätte ich sogar schon freigelegt davor. Okay. Also ein Klassiker. Ich brauche noch drei Sicherungskästen dafür. Was are you hiding, Dr. Reed? Dr. Reed, jetzt einfach bei Scrubs. Ach ne. Den hat er von so. So. Das ist offen. Ähm. Das sieht so geil aus hier. Das sieht so geil aus hier. Das sieht so bequem aus. Wie sieht das aus wie bei einem Zahnarzt. Der Kode für dieses Blutdreif ist Katastasis. K-A-T-A-B-A-S-I-S. Enjoy! Und nicht ganz so gesund der Typ, würde ich sagen. Ja, fantastisch. Boah. Ein Blutsampler. Wie bei der CDC-Dombe. Warte mal. Licht kommt man da mit L oder? Ne. T. Normal drücken. Ne. Da wechselt der Busters. Aber Licht kommt man da auch irgendwie anmachen, David, oder? Äh. Fuck Sachen. Ich glaube, wo wir, wo wir im, äh, 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 wo wir im, äh, 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 filmpark, so gesagt, waren. Nix. Nix. Na, hat man jetzt schon mal. Ah, alles klar. Ist eigentlich bloß Bindungwaffen, aber sonst schmeiß ich sie nachher weg. Guck mal, ich glaube, hier passiert auch gleich noch was. Das sieht hier so aus, als wenn hier vielleicht ein kleiner Bossgegner gleich kommt. Nix. Und gleich fertig. Ich vertraue dir nicht, David. Das muss Noah sein. Der erste Kandidat. Whatever they're doing, zombified him. Ja, ich muss zu dir laufen. Hast gedacht, du kannst dich schon verstecken, war? Kleines Arschloch. Wusste doch, dass es jetzt abgeht. Ich bin nicht spannend. Ich bin nicht spannend. Oh, es ist ein Zombies, oder? Ja. Ah, das sind die Regeln. Was? Oh, es ist nicht mein Bestes. Oh, fuck. Also, wenn du auf Zombiespiele und so stehst, für mich ist es seit den letzten Jahren eins der besten auf jeden Fall. Weil viele sagen ja auch, dass Dying Light 2 halt echt geil ist. Kann ich auch verstehen. Das hat bestimmt auch seine Sachen. Aber ohne komplett Schusswaffen zu spielen, finde ich halt ein bisschen boring. Oh, fuck. Oh, fuck. Coco and Чтобы. Oh. Rob. What? Oh. Ah,わかってる? Oh. Ah, das ist Ich nehm den mit eigenen Händen auseinander. Sie sehen, wie das je, David. Das hat keine Minute gedauert. Oh, 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 oh. Ich glaub ich dir, dass du da echt nicht mehr rabbeln wolltest. Das hab ich gegessen. Ich glaub ich jetzt. Die Sache ist am Anfang vom Spiel, bist du wohl einer der wenigen, die nicht so zum Zombie werden, sondern das selber, sag ich mal, ein bisschen auflösen können, wenn sie wütend werden zum Beispiel oder kurz vorm Sterben sind, dann wird man in der Zombie-Modus, weil wir können den nach einer Weile hier aktivieren im Game. So würde ich das erklären. Das ist ein Rage-Modus. Genau. Ich bin so viel. Wir brauchen alle Hilfe durch diesen Punkt. Wir sind rarer, prezöser. Was meinst du? Was sind wir? Wir sind... Wow. Die Zukunft. Ruben nennt uns Neumann. Wir sind die Zukunft. Okay. Humanity distilled. Ich bin sorry. Ich hatte dich hart. Es gibt ein paar Kataklysm-level-schüsse. Es wird nicht warten. Und es ist nicht so nett. Nur Neumann, wie wir, kann die Humanität durchführen. Die Pläge. Du arbeitest mit Ruben, um eine Kür zu machen. Es gibt keine Pläge. Ruben. Er war damals ein guter Mann. Aber jetzt ist er mit der Desperation geblieben. Er macht keine Kür. Was? Er macht keine Kür, weil er kann. Ja, man hat zwischendurch halt... Die Hauptstory hat immer sehr interessante Kickpoints, finde ich. Die Nebenstories sind eher so lang. Ach, aber... Ist schon okay. Die lassen sich mal einfallen. Man kriegt immer gute Belohnungen. Eigentlich großteils. Und du, wir sind die Omega-Pointe. Geh aus meiner Kopf, okay? Ich bin nicht ein Teil davon. Ich bin nicht. Well, you are in deep denial. And you've had my two cents. So go and ask... Oh man, die beiden hätte ich weißen Augen, links und rechts. Die sind ein bisschen anders. Oder ist es, wenn die Omega-Los sind. Ich habe zu lange Fernseh geguckt. Genau, die ersten Zeit. Mehr oder weniger. Was passiert, eine zu lange Fernsehgucke? I want to be normal.